Im Neustädter Zoo wartet ein großer Held auf seinen großen Auftritts. Benjamin? Benjamin Blümchen? Ja? Das bin ja ich! Achtung! Aus der Bahn! Benjamin? Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Guten Morgen, Otto! Morgen! Die süßen Tiere überall! Ach, Herr Tierlieb! Ich habe Frau Zack damit beauftragt, Modernisierungsarbeit durchzuführen. Der Zoo von morgen? Gewinnorientiert. Und hier kommen die Luxus-Appartements hin. Selfie! Sie müssen den Zoo retten. Ich glaub's nicht. Ist das unser Zoo? Wir müssen irgendwie beweisen, was genau die hier vorhat. Da kann uns nur einer helfen. Sie waren also echt ein... Geheimagent? Wollen wir mal sehen, ob ich hier was brauchen könnte? Ja. 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 bei anderen aufhalten… Benjamin... Benjamin, du bist echt mein bester Freund! fork½ Benjamin Blümchen Das wären die besten Ferien aller Zeiten. Im Kino.